Hallo und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge, letztes bei SMP Live Utreme, ja ähm, letztes Mal war ja das Special, und ja, es waren ja leider keine Events, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ähm, ja, aber das scheint euch nicht ausgemacht zu haben, oder ihr wart einfach zuvor, da zu schreiben, eins von beiden, ähm, ja, jedenfalls, ähm, ja, hat niemand geschrieben, ach man, hättest du doch jetzt noch, äh, mehrere Event-Videos aufgenommen, oder so, oder hättest du doch jetzt weiterhin aufgenommen, obwohl, das wisst ihr noch gar nicht, oder? Hm, bin ich mal gespannt. Ja, außerdem möchte ich einen Kommentar bekommen, ähm, na, ich bin noch ein bisschen erkältet, und das soll dann nicht in die Videos. Scheiße. Naja, was soll ich machen? Ähm, ja, und zwar habe ich auch noch einen Kommentar bekommen von demjenigen, der mir das Geld gegeben hat, ey, es, ich, kann mir die YouTube-Namen nicht merken, ja, jedenfalls, ingame, äh, Smasher, äh, 66, 11, 11, 66, 66, 11, oder? Ich glaub, ist ja gut. Cheater. Ähm, ich glaub's um den, warum hol ich denn nicht mein Auto? Äh, Dreh, hat mir gesagt, ja, scheiße, was ich mit dem Geld mache, ähm, ich soll mal irgendwas gönnen, ja? Ähm, ich dachte, ja, okay, vielleicht würdest du mir ein bisschen mitentscheiden, ja? Ich mein, es kommt ja viel von dir, über die, die Hälfte. Und, ja, aber, deine Entscheidung, es sagt, ich soll mir was davon gönnen, ja? Und das werden wir in diesem Part machen, wir werden mein Auto tunen, ja? Das ist dann so richtig Premium, so, nee, nicht Motor, K-Lock. Und noch mal. Und, Falsch, das kommt jetzt so. Lol. Komm, was explodiert. Weiß ich. So, dann fahren wir gleich zur Tuning-Werkstatt. Und, ja, holen wir uns ein bisschen, ähm, Tuning-Zeug. Was man halt bei einer Tuning-Werkstatt so macht. Ne? Und, ja. Ich mein jetzt auch nicht zu viel Geld ausgeben hier, weil, wie gesagt, ich spare noch auf ein teureres Auto. Das fände ich immer noch richtig Premium, wenn ich da mal eins, äh, haben könnte. Das hat echt hammermäßig viel Bock gemacht, wo ich hiermit, ich hab alle Namen vergessen, zum hammermäßig, leid, ja, ich kann mir keine Namen merken. Äh, auf jeden Fall, wo wir ein bisschen mit den schnellen Autos rumgefahren sind, rumgecruised sind, ja. Das war ziemlich Premium und, naja, da hätte ich überhaupt nichts dagegen auch selber eins zu haben. Aber, hab ich nicht. Deswegen muss ich noch ein bisschen sparen. Deswegen werden wir jetzt auch erst mal, ähm, hier, ein Auto kaufen und danach, dann vermutlich auch, wieder etwas jobben. Ich muss noch kurz gucken, weil ich lässt Scheine. Sieben von zehn Punkten. Jetzt wüsste ich gerne, wie viele Punkte ich bei welcher Geschwindigkeit übersch... Das ist für Idioten. Überschreitung ab. Also. Was ist das für Idioten? Also, wie, wie, wie viel ich jetzt zu schnell fahren muss, um die drei Punkte zu bekommen? So würde ich mir glatt die drei Punkte holen und dann den Autofahrer nochmal machen. Aber ich weiß es eben nicht sicher, deswegen muss ich auf Risiko spielen. Ähm. Ja. Also, wenn ich nicht alles kann, was es auf der Welt gibt, ja, dann... Weiß ich auch nicht. Äh. Upsala. Ich wollte eigentlich hier rein. Und da wollte ich das Zeug auch brauchen, ne? Ich glaube schon. Sehen wir gleich. Hier kommt Grün. Wo ist das Schwarz? Und das ist da unten. Ne, Grün. Ja. Ich brauche... ...Buggeld. Da ist es so glücklich lang. Einfach schnell am Automaten gehen. Etwas Geld abheben. Mit meinem sehr einfallsreichen Pin. Und mit dann einmal 15.000 abheben. Ja. YouTube Money ist klar. So. Und dann... Boah, es tun wir auch gerade haben. Jetzt ist leider mein Stuhl so krass am... ...Wie Chen ist, ja. Jetzt ist er einfach dran, dass ich blöd drauf hock. Gut. Ähm. Das ist jetzt so optimal. Kann ich das kaputt machen? Sag mir, ich kann es kaputt machen. Scheiße. Ist irgendjemand on, der mir was sagt. Nicht was fragen kann, aber... ...kommt und mein Auto... ...ausschaltet. Ähm. War das nicht der, mit dem ich das alles gemacht hab? Ach Gott, ich weiß es nicht mehr. Ähm. Ich glaub, das war der, mit dem ich auch mit den Steinen rausgefahren hab. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ja. Und ich möchte jetzt nicht. Ähm. Ja, auf keinen Verdacht antreiben. Deswegen steh ich jetzt mein Auto da einfach hin. Und... ...ich lauf. Weil, wie wir alle wissen, da muss ich jetzt für 20 Stunden warten, bis ich den Autoführerschein wieder machen darf, ja. Ähm. Ich weiß, ich hätte nachdenken können. Ich hätte eindeutig nachdenken müssen. Und jetzt... ...kann ich 24 Stunden ohne Autoführerschein rauskommen. Aber das ist scheißegal, ja. Wir haben den Flugschein. Deswegen können wir einfach... ...fliegen. So. Ja, trotzdem waren es viel Geld dabei. Ja, toll. Jetzt auch nichts. Ähm. Ne. Und ich hab irgendwo noch über 200.000 auf dem Konto. Richtig Prämium. Und wir können nicht hüpfen beim... ...bem... 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 ...laufen. Das ist überhaupt nicht Prämium, ja. Ähm. Hm. Was könnte ich denn noch sagen? Immer dieses, äh... ...dieses, ähm... ...Gesprächsvakuum, ja. Wenn man einfach nichts hat. Wo man reden kann. Nicht mal springen kann. Hm. Ist natürlich super optimal, ja. Aber ganz ehrlich, was soll ich machen? Ähm. Wenn ich jetzt die Wahl hab zwischen... ...ähm... ...ich überleg jetzt... ...drei Minuten, was ich sagen soll. ...und sieben Minuten... ...sag ich irgendwas. Oder... Ähm. Monka war kein Video, ja. Dann ist die zweite Methode... ...definitiv die bessere. Ach, komm. Soll aufpassen, dass man mit... ...nicht mehr Shift... ...äh, gedrückt hat, wenn man Leertaste drückt. Ich weiß, die GTA San Andreas Steuerung... ...ist eigentlich anders gedacht, damit... ...ein eigentlich Leertaste... ...sprinten ist... ...und Shift-5, aber ich komm damit nicht zurecht... ...also heißt, mir umgelegt. Boah, was ist deine Zukunft? Ja. Wo ich grad Ballast, deine Zukunft liest. Ich hab mir mal die Fraktionen angeguckt, ja. Und... ...für alle, die sich jetzt ein bisschen... ...auf Fraktions-Action gefreut haben... ...das dauert noch, ja. Also, alles, was mich interessiert... ...dauert noch ganz, ganz lang. Ähm... ...mindestens Level 6. Ja. Deswegen... ...wird da in Kürze nichts kommen. Ich werde eventuell ein bisschen... ...mal auch früh ein bisschen shoppen und so. Ähm... Naja. So, das Problem ist es halt... ...ich tue eigentlich... ...ja, was ist eigentlich... ...komplett... ...fast komplett. Ich hab vorhin eine Runde geflogen. Ähm... ...die ich auf der Server bin auch aufnehmen. Und... ...ja. ...deswegen... ...also... ...also einfach aus... ...aus Zeitgründen, ja. Weil ich hab einfach kein Zeit mehr... ...in Anführungszeichen privat zu spielen. Äh... ...auf der Server, ja. Natürlich spiel ich noch andere Sachen privat nebenher, aber... ...ähm... ...das... ...selektiere ich wieder ganz anders als hier jetzt, ähm... ...GTA San Andreas. Und... ...ja, deswegen... ...es etwas kompliziert. Ähm... ...ich versuche ja auch die ganze Zeit irgendwie... ...im Vorhaus aufzudem, aber irgendwie funktioniert das nicht, ja. Ich mein, morgen muss das Video schon wieder da sein. Wenn's nach mir gehen wäre, wär's morgen in einer Woche. Aber so funktioniert das leider nicht. Bei Minecraft habe ich's jetzt zum Glück mit Vorhaus hochgeladen hinbekommen. Da hab ich jetzt vor zwei oder drei Wochen im Vorhaus hochgeladen. Und das finde ich... ...ja, ziemlich perfekt. Ja, kann man so sagen. Das finde ich ziemlich perfekt. Ähm... ...ja, weil ich... ...ich hab einfach halt einfach... ...einfach Zeit, ne. Es ist halt jetzt nicht so, damit ich... ...jetzt... ...ähm... ...unter dem... ...okay... ...ähm... ...unter dem... ...in Anführungszeichen Druck stehe... ...ähm... ...ähm... ...jetzt noch schnell ein Video höher zu machen, weil, ne. Ähm... ...ich hab zur Zeit das Glück ja... ...ich hab hammermäßig viel Bock auf YouTube. Ähm... ...aber... ...ich weiß... ...dass irgendwann wieder eine Zeit geholen wird... ...oder... ...meinetwegen auch nur ein, zwei Tage... ...wo ich mir sage, YouTube... ...mein, ganz ehrlich, ich hab heute keinen Bock... ...und... ...für das will ich danach abgesichert sein, ne. ...und... ...ja, wir wissen ja alle, wie das dann ist... ...wenn man da nichts hochlädt... ...dann kein Feedback kommt... ...ähm... ...und dann die Modulation weg ist... ...und dann sind plötzlich wieder... ...zwei, drei Monate keine Videos auf dem Kanal, ja. ...und soweit soll's nicht kommen... ...ähm... ...deswegen bin ich kein Fan von... ...Mem Voraus aufnehmen. Ich denk mal, ich hab das ganz logisch erklärt, oder? Ähm... ...ist ja logisch, dass man keine... ...ähm... ...kein Feedback bekommt, wenn man keine Videos hochlädt. Ach ja... ...ich bin so intelligent. Gut. Dann neigt sich die Folge auch schon wieder dem Ende. Wir sind etwa genau 10 Minuten auf meiner Stoppuhr. Bei euch dürften es ungefähr... ...10 Minuten 5... ...10 Minuten 10... ...10 Minuten 20... ...um den Dreh sein. Ähm... ...ja, dann hoffe ich euch, dass es uns natürlich gefallen. Ähm... ...nächstes Mal werden wir dann ein bisschen rumfliegen... ...daten wir natürlich erst den Weg dahin beendet haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis denn und... ...tschau!